hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge real farming ls 19 meets reality hier bei der polizei und nein ist nicht inhaftiert doch nicht die polizei hat gestern eine führung gemacht könnt ihr gerne anschauen einfach mal rein klicken auf den kanal und jetzt kriegen wir noch was zu trinken hat er gesagt ja ich will einfach mal kaffee und zu nehmen und hier was kaffee so haben sie noch fragen sollten wir ein bisschen energie sparen hier also ich bin die polizei ist sehr gut ausgerüstet muss aber auch dazu sagen dass ich das nicht ganz angemessen finde also wird man im gemeinderat mal drüber sprechen müssen dass sie so gut ausgerüstet ist ja ob wir hier irgendwelche einsparungen vornehmen können beispiel gestern als wir hier angefangen haben um zehn um halb zehn und überall noch licht angehabt es gerade war schon wieder das licht an also sind so ein bisschen auf die kosten gucken ja alles energie sparen aber trotzdem das sind leuchtstoffröhr und ist dies dass die schadhaft sind sind giftig wenn sie die besondere und meinen die wenn so eine mal auf den boden klatscht wird giftig ist hoch sicher ja energie sparen sind immer bruchsicher und drei polizeifahrzeuge für einen polizisten ist auch ein bisschen vermessen ja man muss halt leute finden dafür das ist halt nicht einfach ja genau deswegen wir suchen ja auch noch für die polizei einer ist gerade zusammen geklappt ich weiß nicht ob sie den nehmen wollen jetzt hat er zu viele vorstrafen vor ein paar tagen habe ich zu ihnen noch gesagt wie der ist bei ihnen praktikant ja der hat noch ein paar verfahren haben leon kam rein und gibt diese suppe dieses gerote gesaft den richter das ist aber ich glaube ich habe fast halb bier und dann darf man gehen wir müssen zum händler kommen johäle ja ich habe gehört die neuen spartokunden den unterricht er ist wo sind sie denn guten tag kommt immer mit der ich komme kommst du kommst du mal mit herren oder er hat ja gehört diese haben wir uns schon etwas mehr davon hat er vorgesehen ich komme zu dem moment ach so ich muss er ja wie schaut es denn jetzt aus Ja. Zehn Minuten, ich hab's ihn gleich. Jo, wir fahren mit dem Trecker schon mal runter. Ja, ich komm gleich mal. Jo, tschüss. Jo, tschüss. Jo, tschüss. Jo, ich bin hinter dir. Jo, dann steig mal ein. Ich rufe noch kurz den Händler an. Ich ja. Äh ne, den Landhändler meine ich. Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo Neumann. Du, ich hab ne Frage. Jo. Ähm, hast du ne Übersicht, wie viele, oder ne Ahnung, wie viele VWs aktuell noch im Grünfelderland zugelassen sind? Ähm, ne, hab ich tatsächlich nicht. Warte mal, aber dann füge ich mal gerade einen Polizisten an. Moment, ich muss den Frontladern an. Ne. Äh, Moment, ich rufe den gerade noch mal an. Hallo, Polizei Richter. Ja, Herr Richter, äh, ich bin so mal der Volker. Ja. Ähm, können Sie mal rausfinden, wie viele, ähm, wie viele Volkswagen bei uns noch zugelassen sind? Ja, kann ich machen. Gut. Dann, Ihnen noch einen schönen Tag. Danke. Äh. Was ist denn jetzt los? Warum? Ich bin jetzt gerade elektrisch. Ja, gut, dann Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, tschüss. So. So, Herr Portis. Endlich, ja. Äh, da, 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 da. So. Das ist ein bisschen komisch gerade. So. Weil, es kann ja wohl nicht sein, dass ein Polizist... Ei, Autos, Gebäude. Lol. Also. Hier ist jetzt der eindeutige Beweis, was das Problem hier verursacht. Der ist nämlich das Fahrzeug hinter uns. Da, mit Zerene, ne. Unglaublich. Ne, aber das ist egal. Ach, da ist der Luftkorb hinten drin, oder was? Ich lass den jetzt mal ein bisschen wegfahren. Ja, das, das, das Fahrzeug, das ist Katastrophe. Das alles rauszufinden, was, was sie nicht verträgt mit anderen Motts, ne? Ja. Ja. Das ist der mit Sicherheit. Also, der mit Sicherheit. Also, was ist jetzt gerade... Ist ja eine gute Idee, wenn wir mal gucken. So, aber mein Plan ist, dass wir, äh, gucken, wieviel Volkswagen noch zugelassen sind. Und zumindest einen Polizeiwagen somit stilllegen. Einen? Ja, den VW. Die haben ja zwei Audis und einen VW, ne? Ja, eben. Also, die Polizei muss ja nicht die Steuergeldung einfach so verprassen. Bei Audi, was? Ja, die Audis können sie meinetwegen haben. Das ist übrigens eine gescheite, gescheite Wertarbeit. Die Musik an? Ne, das war der Zirkus. Ach, das war nach Frequenz früher, da war ich auch mal gewesen, ne? Ja, ich auch. Da war ich, keine Ahnung, ne? Da war ich dann, ne? Sechs, sieben. Sieben, acht. Hey. Mein richtig hier mitgemachter, ne? Gut, hast du beim Zirkus gearbeitet. Mitgereicht, ja. Auf- und Abbau. Ach so. Das dachte ich schon als Clown. Ne, ne, das hab ich mal gemacht. Das sollte ich machen, hab ich gleich abgelehnt. Okay. Ja, okay. Ja, dann muss ich nicht überall zum Affen machen. Ne, das ist so wahr. Ach ja. Ach so, jetzt fahren wir gleich mal beim Händler vorbei. Guck. Hat ja gemeint, der ist gleich da. Der Händler ist ja weiter unten. Ja, der trug nur über die Brücke und dann sind wir da. Mhm. Ist gut. Gut einziehbare Kreuze, dann können wir einfach drüber fahren. Nächste Katastrophe, ey. Da vorne fährt er. Über die Brücke. Warte mal kurz. Der Rettungswagen hat wahrscheinlich eine sehr hohe Entfernungssichtweite. Das heißt, man kann den sehr weit sehen und dadurch beeinflusst er eigentlich alles, was in seiner Umgebung ist und dem Bereich, wo er gesehen wird. Ich bin der Meinung, dass das bei Standardfahrzeugen nicht so weit ist, wie jetzt bei dem Rettungswagen. Das muss man verändern, wenn es geht, ne? Und jetzt? Ja. Verzeuge schön verändern. So kurz wie möglich, so kurz wie es geht, ne? Zumindest nicht auf, keine Ahnung, 500 Meter. So. Und dann sind wir gleich beim Händler, ähm. Ich könnte mal den Jürgen dann noch anrufen. Ob der uns, ähm, dann den alten Stapler wieder abholt. Oh, guck mal, da steht ja sogar schon was. Ups, falsche Richtung. Ist immer doof, wenn man nach hinten guckt und dann vorwärts fährt. Was soll doch denn kein hier für uns? Das wäre nicht schlecht, ne? Ja, könnte sein, dass alles schon geordert hat. Was für mich wollte. Achso. Ich muss immer wechseln. Äh, hallo Herr Wachbohr. Hallo. Ähm. So ist das, dieses Ding, was Sie gemeint haben. Äh, das da, das gehört dem Herrn Neumann. Also ich weiß nicht, ob Sie da, der will das loswerden. Äh, Herr Neumann? Ja. Höre ich da richtig, dass Sie den verkaufen wollen? Ihn will ich verkaufen, ja. Also müssen Sie Ihre grüne Schaufel für die Schätzung mal rumverlegen? Danke. Äh, nee, warum denn? Weil die Schaufel erkannt wird. Ja, und lassen Sie die Schaufel doch mal liegen. Verkaufen Sie doch nicht einfach irgendwelche Sachen. Vielleicht will ich den ja kaufen. Ja, aber ich, wir müssen ja erstmal einen Preis feststellen. Herr Neumann, geben Sie mal kurz die Schlüssel von dem Ding da. Oder stecken die? Ähm, Moment. Die stecken. Die stecken da. Geh mal 100 von der Schaufel da. Hey, ja, ja, so ein. Die grüne Schaufel könnten Sie doch prima als Blumenkugel verwenden. Hm, gehen Sie mal weg. Was die Händler immer alles so kompliziert machen müssen. Oder Sie wollten es doch schätzen lassen. Douglas, ich würde mal dein Absperr-Dings da von der Mitte wegnehmen und da mal aufmachen, ey. Also, ich weiß ja nicht, wann du aufmachen hast, aber es ist schon Mittag. Ja. Sie ist mir egal, da soll man hier zur Potte kommen, der kann machen, was er will. Ja. Wenn kein anderer Kunde kommt... Der Manitur ist 81.991 wert und was die Schaufel wert ist, weiß ich nicht. Ach, das ist ein anderer. Ich wollte einen anderen kaufen. Können Sie ja mit Ihnen einen guten Preis aushalten. Vielleicht landen Sie dann ja unter 95.760 Euro mit dem Tiefenlocker. Ja. 2.344. Alter so nicht. 2008. Mal 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 einen anderen Fall. Ja. Bei dem Hofer war da auch so ein Dinger dabei. Habt ihr da auch so einen beschlagnahmt? Ohhhh. Ich glaub nicht, ne. Ein Kramer oder sowas? Irgendwas? Mit einer großen Schaufel? Achso, ne. Der hatte eine kleine Schaufel. Ne, der hatte ähm... Äh... Er hatte äh... kleinere neu kaufen oder den, ey. Was fährt der eigentlich an Kmh? Das macht's halt wirklich nicht aus, Albert. Albert? Ja, ich hör. Macht halt wirklich nix, weil wenn wir jetzt dann nochmal einen Tiefenlocker für 12 Karte zu bestellen, dann sind wir auch bei dem gleichen Preis. Aber wie gesagt, die dürfen wir ja nicht vergessen, ne. Wenn die... den anderen Traktor, ne. Äh... Wenn wir den haben wollen... Neumann, hast du eigentlich schon einen Versteigerungstag festgelegt? Ne, hab ich noch nicht. Äh, so, ich hatte gesagt... Äh, zum Ray-Sex hatte ich gesagt, nächste Woche. 1 Stunde 30 ist er alt. Nächste Woche erst. Ja, nächste Woche. Am Montag dann? Ja, denke ich. Okay, dann machen wir das so. Schaufel lässt sich auch super als Blumenkübel verwenden. Kann auch Müll damit transportieren. Zum Beispiel sie. Hahaha. Das wird das gehört. Ja, aus. Das wisst ihr nicht. Geschlecht sieht er ja nicht aus, ne. Äh, wem könnte denn der Golf da drüben? Der, äh, Fan, ähm, deutsch-grüne Golf, das ist meiner. Den, den, wo der Herr Grünfeld, äh, aus Versehen, ihren Golf nicht runtergefahren hat, sondern meinen genommen hat. Ah, okay, das war der. Okay. Und das da, der Pickup ist auch mal... Au-, außer dem, äh, äh... Ich hab gehört, die Golf ist die rosten ziemlich schnell. Müssen sie mal gucken, ob, äh, unten die... Ähm... Äh, hier, unten. Wie heißt denn das nun mal? Da unten? Unterboden. Ja, da, am, am, am Türrahmen, unten. Müssen sie mal gucken lassen. Gerade seh nur mal ein Benutzeres Auto. Also wenn ich am Wochenende irgendwelche schönen Fahrten machen will, dann hole ich natürlich mal ein alteres. Ja, weil, äh, es kann sein, dass der Hersteller den VW bald zurückruft. Ja, muss ich mal gucken. Müller am Apparat, wie kann ich ihm helfen? Äh, da hab ich mich, glaub ich, verweht. Ich wollte zum Volker. Der steht gegenüber von Müller. So, können Sie mir den mal kurz geben, vielleicht? Da. Hallo? Moin. Äh... Jürgen, servus. Hast du vielleicht was Raps oder so auf deinen Feldern? Ob ich da was drauf hab? Ja. Nee. Aber ich kauf momentan Raps an. Ah. Nee, leider nicht. Nur Mohn. Okay. Äh, brauchst du zukünftig noch Raps? Äh, ja, ja. So, also ich würd jetzt erstmal Vorschuss alles kaufen hier. Also, wenn du mir einen guten Preis jetzt zusicherst, dann würd ich dir auf meinem Feld Raps anpflanzen. Aber dann müssen wir jetzt schon den Preis ausmachen. Ja. Sag mal an. Äh. Mist. Nee. Äh. Scheiß weg da. Jürgen! Ja? Ach. Scheiß Telefon. Dacht, du wärst weg, dann hab ich aufgelegt. Äh, mh. Äh, wie viel hast du gesagt? 1.150 pro 1.000 Liter. 1.150. Tippst du im Hintergrund? Äh, nee. Eieiei. Was? Ich? So, Jürgen. Äh, 1051, aber ey, zieh mich nicht über den Tisch. Nee. Gut. Dann machen wir das. Alles gut. Okay. Dann, äh, schmeißen wir als nächstes Raps bei uns aufs Feld. Jo. Dann lange ich dir. Dauert aber ein, zwei Wochen. Joa, das ist gar kein Thema. Gut. Ja, ich hab jetzt meins abgeerntet, dann würd ich es auch nochmal mit, äh, Raps ansehen. Dann hätt ich erstmal vielleicht genug, je nachdem wie viel bei euch rauskommt. Albert, pass bloß auf, ey. Wenn ich das schon seh, dann hab ich Angst um mal unser Leben. Was denn? Ach, der, der Müller, der, der Händler, der fährt hier ein Schild übern Haufen. Mit dem Teleskoplader. Äh, du, war bei den Hofer Sachen, war da ein Teleskoplader dabei? Äh, ähm, b-b-b-b-bämm, weiß ich gar nicht. Okay, und andere Frage, können wir mal vorbeikommen und die Hofer Sachen angucken? Äh, ja, klar. Bist du am Hof? Äh, momentan nicht, ich bin momentan unten bei Sunny mit dem Dreschershefte, weil der hat so einen kleinen Träscher, so einen richtig kleinen. Okay. Gut, äh... Ich werde da kurz helfen und dann wäre ich wieder oben. Äh, stehen die Samen bei dir auf dem Hof? Kann ich da einfach drauf? Weiß nicht, ob der Hof offen ist. Ja, wir gucken mal vorbei. Okay, bis dann. Tschüss. Aber nix klau, ne? Na, Quatsch. Also, bis dann. Tschüss. Nicht so wie mit dem Bagger hier. Ciao. So, liebe Freunde, das war's. Das war's schon wieder für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, macht's gut und bis morgen. Tschüss. Tschüssi.